Haben Sie einen Stil? Monsieur Lagerfeld. Ich will Sie unbedingt kennenlernen. Ich bleib gern anonym. Bonjour, Carl. Wie geht's Ihnen? Bonjour, Monsieur Lagerfeld. Carl. Amüsierst du dich? Es verging kein Tag in meinem Leben, an dem ich nicht geträumt hätte, ein großer Mann zu werden. Niemand will, dass ich Erfolg habe. Ich denke, dass Sie ein Genie sind. Und dass Sie der größte Modeschöpfer der Welt werden. Bösen Sie es ja sinnvoll, dass Sie alle Böden immer im Weder und Spielst��